Verlauf nach dem Beziehungsende, aber dein Ex bedient sich irgendwie ganz komisch. Finde heraus, ob du es vielleicht mit einem Narzissten, einer Narzisstin zu tun hast. Mein Name ist Manuel Albert, ich bin Beziehungscoach seit über 20 Jahren, coache ich erfolgreich Beziehung, habe ein ganzes Team von Coaches und Psychologen, die mit mir zusammenarbeiten. Alle ausgesucht sind Manuel Albert Coaches und wir telefonieren täglich mit Kunden und beraten sie im Bereich Ex zurück, raus aus der Friendzone, eben toxische Beziehungen durchschauen, toxische Partner und Narzissten durchschauen. Und heute geht es um drei Dinge, die narzisstische Ex-Partner, Partnerinnen direkt nach der Trennung dir antun. Was passiert eigentlich nach der Trennung? Nun gut, also erstmal vorneweg, uns geht es echt schlecht. Erstmal nimmt uns das mit, wir haben häufig Liebeskummer, es tut weh, es geht uns schlecht, vor allem wenn der andere sich getrennt hat. Auch wenn wir uns selbst trennen, haben wir häufig Trennungsschmerzen, weil wir auf dem Zug sind. Manchmal geht es um Anhängungsversuche, es gibt das ein oder andere Gespräch. Oder der Ex will vielleicht auch gar nichts von uns wissen, bis hin zu Rosenkrieg, full on. Die Signale sind aber meistens sehr eindeutig, die Fronten sind klar, wir sind getrennt. Ich gehe mit dir erst durch die drei großen Punkte, die schlimmen Punkte, die Narzissten antun. Der Schlimmste ist für mich der, der am Ende ist, das ist übrigens der Unscheinbarste, auf den du achten musst. Alle Arten der Trennung sind natürlich erstmal unschön und sie tun weh. Okay, aber eine narzisstische Person geht noch weiter. Ja, ich verrate dir hier, worauf du dich gefasst machen musst und was du hier erleben wirst. Erstens Gaslighting. Eine narzisstische Persönlichkeit wird dir all deine Erfahrungen absprechen und deine Realität einfach umdrehen wollen, infrage stellen. Er legt dir jetzt Worte in den Mund, auch warum die Trennung deine Schuld ist. Werte deine Gefühle ab und erfindet Erinnerungen, stellt sogar falsche Ansprüche in den Raum. Du bist schuld, na so hätte es ja gar nicht anders gehen können. Und es geht so weit, dass du selbst an deiner Realität zweifelst und dich fragst, hey stopp mal, bin wirklich nur ich schuld an dieser Trennung? Oder habe ich wirklich nicht alles versucht? Und dann kommen so Sachen wie, sei ich so überdramatisch? Hör auf, du ständig hier in den Vordergrund zu spielen. Mir geht es schlecht. Wäre es nicht so kompliziert, hätten wir das alles total hinbekommen. Das waren nicht meine Probleme. Das waren deine Probleme. Und wenn ich dir wirklich was bedeutet hätte, dann hättest du mir nicht so wehgetan. Dann wären wir gleich an dem Punkt, weil du hast das alles provoziert und du bist ja nicht mehr zu retten. Ich muss mich ja hier vor dir retten, weil du bist der Bösewicht. Vorsicht, bleibe bei deiner Realität. Lass dich nicht von deinem toxischen, narzisstischen Ex-Partner in der Beziehung jetzt gerade bei der Trennung, nach der Trennung manipulieren. Lass dir nicht erzählen, dass du der Einzige bist, der schuld ist, der alles trägt und dass man dir überhaupt nicht helfen und retten kann. Nimm dir gute Freunde, die dich aufbauen und die teilweise diese ganzen Vorwürfe mit dir wieder in Ordnung bringen. Oder uns als Coaches, wir kennen das aus unserem Alltag und helfen dir sofort zu sagen, wo der wie was angesetzt hat, um dich fertig zu machen. Zweiter Punkt, vor dem du dich schützen musst. Ist auch nur ein bisschen Ruhe, vielleicht so ein, zwei Tage kommen bei ihm die großen Erkenntnis-Einsichten, das sind falsche Einsichten. Narzisstische Personen kommen oft wieder und wollen dich in ihrem Leben irgendwie noch zurückhaben, manipulieren. Und sie behaupten dann, sie hätten plötzlich alles eingesehen, alles verstanden, plötzlich haben sie die großen Erleuchtungen. Sie wissen genau, wie du tickst, wie sie tickt und wie man das jetzt machen könnte. Vorsicht, oft sind diese Einsichten nur fadenscheinig, sind vorgeschoben und sie versuchen dich mit diesen falschen Versprechungen und mit diesen falschen Erkenntnissen wieder in ihre Nähe, wieder in ihre Beziehung zu locken. Wieder in ihre Nähe, wieder in eine Beziehung zu locken, um dann im Grunde und auch ihren Belieben weiter auf dir herumzutrampeln. Höre also ganz genau hin. Sind das wirklich Erkenntnisse oder sagt er nur das oder sie das, was du gerne hören würdest? Lass dir jede Einsicht genau erklären, auch wie sie darauf gekommen sind und was sie wirklich ändern wollen und wie. Und geh in dein Bauchgefühl und höre genau rein. Ist das nur vorgeschoben und zu manipulieren oder hat da wirklich sich eine Änderung ergeben? Und zweitens, alle Änderungen zeigt ein Mensch übrigens auch für dich als Checkpunkt, um die Narzissten zu prüfen, nicht für einen Moment und für eine Woche, sondern sowas läuft länger. Das heißt, lass dir das wirklich über längere Zeit auf sicherem Abstand getrennt erstmal weisen. Achtung, all diese Punkte sind sehr schwer. Warne bitte andere davor, von denen du weißt, dass die eventuell auch mit narzisstischen Partnern unterwegs sind oder an einen Narzissten gelangen können. Bevor wir zum dritten und schwersten Punkt kommen, warne bitte andere mit diesem Video, die ebenfalls auf Narzissten reinfallen können und gerade während der Trennung ganz besonders fies behandelt werden und im Grunde genommen zurückgerissen werden in einer schlimmen Beziehung. Außerdem unterstütze sie gerne mit einem Like, wenn der Inhalt dir gefällt und aktiviere natürlich die Glocke, nachdem du diesen Kanal abonniert hast, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir produzieren ständig Videos in diesem Bereich. Der dritte und schlimmste Punkt, der Narzisst kann nicht damit leben, dass du aus seinem Leben gehst. Ein narzisstischer Ex, ein narzisstischer Ex kann nicht ertragen, dass er oder sie nicht mehr Mittelpunkt deines Lebens ist, nicht mehr dich manipulieren kann, nicht mehr die Macht über dich hat. Dass du dich jetzt abgelöst hast und dich ablöst, das ist für diese Person unerträglich. Egal, was du nach der Trennung tust, dein Ex, der narzisstische Ex, wird denken, dass du das nur machst, wegen ihm oder ihr. Stell dir vor, was ist eine verrückte Welt. Du färbst ihr die Haare oder gehst in die Frisur, das war nur natürlich, um ihm oder mir, ihr wieder besser zu gefallen. Nein, du kommst irgendwie mit mehreren Personen, um deine Sachen abzuholen, nur um ihn oder sie eifersüchtig zu machen, was darum ging, dich zu schützen. Die Idee kommt dir gar nicht. Du gehst auf eine Party und hast dort gemeinsame Freunde. Bestimmt bist du nur auf diese Party gegangen, um ihn zu ärgern und zu provozieren. Was fällt dir ein? Das heißt, er redet sich, sie redet sich immer wieder ein, dass du, egal was du tust, alles immer nur machst, um ihm oder ihr eine Message zu schicken, eine Botschaft, eine Nachricht. Hallo, hier bin ich noch. Und nicht selten probiert er dich deswegen auch, en revanche, wieder zu verführen und zu sagen, ja, ich muss doch hier reagieren. Die will doch was, der will doch was. Und im Grunde genommen auch dich weiter kaputt zu machen, wieder ranzuziehen. Das ist ganz, ganz fies, weil das glaubst du gar nicht. Dieser Druck in der Persönlichkeit vom Narzissten ist so hoch, dass er deswegen, gerade auch wenn du dich eine Zeit lang gemeldet hast, denkt, dass du es mit Absicht gemacht hast, damit er jetzt wieder erst recht sich melden muss, dich zu erobern, zu verführen. Diese Verführungen, Achtung, ganz schwarzes Kapitel, sind häufig ganz kurz in der Tour. Das heißt, es reicht schon, dass er es wieder geschafft hat, dich zu küssen. Es reicht schon, dass sie es geschafft hat, dich wieder in der Kiste zu haben. Danach wird es wieder weggeschoben, weil wir beide passen noch gar nicht. Oder, nee, es war ein Fehler, weil eigentlich wollte ich gar nicht. Das, das genau sind die Sachen, wo ich sage, war eine andere davor. Denn du glaubst gar nicht, wie unangenehm es wird, wenn die Trennung nicht mehr aufhört. Und wie so ein Endlosspiel du quasi hängen bleibst, weil ein Assist ständig denkt, wie eine Katze. Er muss dich, sie muss dich wieder zurückholen, wie so einen verlorengegangenen Wollknoll. Und hat sie dann mit dir gespielt, hat er mit dir gespielt, wirst du wieder weggeschobst. Auf keinen Fall in diese Falle gehen. Du musst wissen, es gibt nur einen Weg, geradeaus, weg, weg, weg. Egal, was da kommt, es sind die Versuche, sein Leben, ihr Leben an dir wieder aufzuwerten. Viel Erfolg, dein Direktor Dr. Manuel. Und natürlich, wenn du an der Stelle Hilfe brauchst, wir sind mit Coaching für dich da. www.dakdermanel.de kannst du einfach direkt jetzt dir einen Coach buchen, der dir hilft, diese Person zu durchschauen und dich noch stärker zu machen, deinen Weg in Richtung einer glücklichen Beziehung zu schaffen. Alles Gute dabei.